Der Tod ist Teil des Lebens. Verleugnen Sie ihn nicht, sondern setzen Sie sich zu Ihrem Besten sachlich und vorbereitend damit auseinander. Das Ende eines Lebens, egal ob das eigene oder das eines geliebten Menschen, ist ein tragisches Ereignis. Zur emotionalen Belastung kommt hier allzu oft noch ganz realer, logistischer und finanzieller Stress hinzu. Mit entsprechender Vorbereitung und frühzeitiger Information kann man diese zusätzlichen Anspannung und Belastung aber entgegenwirken. Auf den Tod kann man sich nicht vorbereiten. Diese Aussage stimmt sicherlich für die emotionale Ebene. Das Ableben eines Menschen sowie die daraus resultierenden Folgen stellen aber eine zusätzliche Belastung dar, auf die man sich durchaus vorbereiten kann. Neben rechtlichen und finanziellen Aspekten steht man schnell auch vor vielen, teilweise unerwarteten, administrativen Aufgaben. In dieser Kategorie finden Sie sachlich und hilfreich zusammengefasst Dinge, die vor und nach dem eigenen Ableben aber auch dem Tod eines anderen Menschen zu bedenken sind. Sie finden Tipps über zu erledigende Formalitäten, regelbaren Umständen sowie Kontaktadressen zu hilfreichen Unternehmen und Organisationen. Beideein 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 Untertitelung des ZDF, 2020